Hi Leute! Hi Nancy! Ich komme hier auf Clemens Alive und heute aus einem ganz besonderen Anlass, denn dieser Kanal hat 20.000 Abonnenten! Wow! 20.000! Die, die mich jetzt schon länger kennen, ich bin eigentlich schon seit Juni 2010 auf YouTube und hab damals angefangen und hatte dann so nach einem Jahr 1.000. Dann hab ich mit Clemens Alive angefangen und dass ich jemals überhaupt 20.000 kriegen würde, hätte ich nicht gedacht. Ehrlich. Und aus diesem Grund möchte ich mich bei euch bedanken. Die Frage ist nur, wie? Wie wäre es, wenn du vielleicht einfach mal die Fresse hältst? Raus. Wow, 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 wow. Jetzt mal ernsthaft, wie könnte man sich bei 20.000 Abonnenten bedanken? Hast du vielleicht eine Idee? Oh, jetzt! Ja, denn erst wollte es mir nicht einfallen, aber dann bin ich gerade auf den Hund gekommen. Ja, warum machen wir nicht einfach ein Gewinnspiel? Aber die Idee an sich ist gut. Und das läuft folgendermaßen. Dieser Kanal hat jetzt 20.000 Abonnenten und ich dachte so, ja, was kann man denn verlosen? Also dachte ich mir als nächstes, hey, wie wäre es mit ein bisschen Geld? Und ja, wieso Geld? Weil es ist einfach, es ist zwar unpersönlich, ich weiß, und es tut mir leid, aber... Da weiß einfach immer noch jeder am besten, was er damit anstellen soll. Kannst du im Puff gehen? Kannst du... Ach, was weiß der nicht. Und deswegen möchte ich mindestens 200 Euro verlosen. Und ja, selbst 200 Euro wären schon viel, aber warum mindestens? Weil es für alle 1.000 Abonnenten, die bis zum 8. Mai diesen Jahres noch hinzukommen, noch mal 10 Euro mehr zu gewinnen gibt. Das bedeutet für 1.000 Abonnenten 10 Euro, für 10.000 Abonnenten 100 Euro, für 20.000 Abonnenten noch mal 200 Euro. Und da Gewinnspiele seit einem gewissen Herrn leider etwas in Verruf gekommen sind, werden wir das auch professionell auflösen. Aber gut, um eines möchte ich euch doch noch bitten, denn 200 Euro ist nicht wenig. Und daher müsst ihr da dieses Gewinnspiel ein Dankeschön von mir an euch, also meine Abonnenten, ist natürlich Abonnent von diesem Kanal sein. Was für eine Überraschung. Und zusätzlich müsst ihr dieses Video noch zu euren Favoriten hinzufügen und das auf Facebook teilen, damit ich erstens weiß, dass ihr es ernst meint und zweitens später auch bei der Auflösung nachgucken kann, ob ihr auch wirklich teilgenommen habt. Einfach damit nicht jemand gewinnt, der vielleicht gar nicht teilnehmen wollte. Denn auch sowas soll es geben. Ja, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch noch die super schwere Gewinnspielfrage beantworten. Sind Gewinnspielfragen zu einfach? A, ja, B, Schinken. Schreibt das unten in die Kommentare. Ja, das Gewinnspiel läuft bis zum 8.05.2012. Schreibt einfach aus dem Grund, denn am 8.05.2011 habe ich meinen Kanal hier gegründet und das ist dann so schön, wenn das dann so übereinander passt. Und wenn du jetzt vielleicht gerade denkst, hey, scheiß Gewinnspiel, alles hier voll scheiße und so, dich zwingt keiner mitzumachen. Oder falls du jetzt gerade denkst, hey, hier, die Chance ist ja viel zu klein bei so vielen Leuten, dann auch zu gewinnen. Wisst ihr, jede Woche spielen in Deutschland ungefähr 3 Millionen Leute Lotto und zahlen dafür 2 oder 3 Euro. Und ihre Chancen sind, wenn man sich's hochrechnet, bei ungefähr 1 zu 160 Millionen. Und wie gesagt, die zahlen Geld dafür. Also Leute, 200 Euro, beziehungsweise eigentlich sogar zwangsläufig mehr, ist echt eine Menge Geld. Und die kleine Bedingung zu erfüllen ist wirklich kein Hexenwerk. Also bitte tut mir den Gefallen. Alle Teilnahmebedingungen stehen nochmal unten in der Infobox. Und ja, soweit jetzt also von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Leben. Und ja, wir sehen uns dann also bald wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao, euer Clemens. 4 war. 4 war. 5 war. 5 war. Bis zum nächsten Mal.